Boah, aber du, ich sag's dir, es gibt auch, also, momentan schau ich beim Essen immer Streams von Frackstube an und da ist es, der hat teilweise 200 Zuschauer und da schreibt niemand, so, und dann ist es halt manchmal wirklich wild, da sitzt du dann so drin und schreibst mit ihm, während er zockt und man ist so alleine, das ist so weird. Aber ich glaub, ja. Ja, du kannst ja nicht von jedem erwarten, dass irgendwie, ich schreib ja auch, wenn ich irgendwo bin, guck mal, ich hab, bei Stay bin ich regelmäßig da, ich hab da einmal was geschrieben, innerhalb von, keine Ahnung, wie viel Monaten. Ja, voll. Bei Gronkh hab ich auch noch nie was reingeschrieben. Doch, ich hab ihn sogar schon mal zum Lachen gebracht. Ich hab, doch, ich hab Stay mit meinen, äh, da, da, wir hatten, ähm, äh, ging's irgendwie um schlechte Witze, blablabla, und da hab ich... Ja, da gehst du rein. Da hab ich einen schlechten Witz gebracht und da war Stay total enttäuscht. Fand ich gut. Weil er so schlecht war. Ja, ja, ähm, soll ich ihn dir sagen? Müssen wir das Video dann auf 18 schalten, oder? Nee, 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 nee. Äh, gehen zwei Terroristen in den Keller. Sag der eine, lass mal hochgehen. Oh Gott. Oh nein. Oh je. Stimmt. Das war der Stream, wo Stay, Stay macht so manchmal, ähm, der sitzt einfach nur da, sagt nichts und liest ein Buch und schaut ab und zu mal in die Kommentare rein. Wenn du damit dein Geld verdienst, dann hast du's geschafft, Junge. Ja, aber es ist geil, weil dann, weil dann, äh, die Leute probieren, ihn so zu triggern, weißt du, und ihm aus seiner, äh, aus seinem, äh, Lise-Dasein rauszuholen. Ah, jajajaja, I see. Ja, okay. Ist schon cool. Hey, sag mal, es, es kommt mir bei The Way so vor, als würde das Spiel gecheckt haben, dass wir auf die Nacht warten. Ja, ja, ja. Das kommt einfach nicht, gell? Ja, ja. Ist wahrscheinlich wirklich so. Ich hab'n Schrott-Metall-Visier. Ah, ja, groß. Ich bin grad Merlinsjagen. So ein bisschen Merlin-Fleisch, schade, neben. Ich hab'n Regal, also, ich hab'n Regal gefunden, ne Blaupause. Richtig heftig. Verbesserter Grill, wie geil. No way, den hast du gefunden? Ja, ich hab'n, ich hab'n jetzt. Also, wir können den jetzt bauen. Richtig geil. Wie viel kostet der Kollege? Das ist richtig nice. Verbesserter, hier. Oh, ah, nee. Äh, kommt drauf an, wie viel Metallschrott du hast. Ich hab' jetzt 40 gesammelt. Wie viel brauchen wir? Wie viel? 40. Das ist genau das, was wir brauchen. Okay. Ich sammle noch mehr. Das ist, das ist ein Mega-Upgrade. Ich bin gespannt, was der kann. Der hat, äh, Ersparnis. Stand da, aber ich hab's hier nicht wirklich durchgelesen. Ähm. Ähm, ja, worauf ich da eigentlich hinaus wollte. Ich bin ja selber so ein stiller Zuschauer. Und ich genieße halt einfach das Zuschauen. Mhm. Von daher warte ich auch nicht, dass man da großartig mit reingeht. Aber es macht dann schon Bock, wenn da mal... Bei mir ist dann meistens ein Salem da, oder ein Cetate. Und, ähm, die gehen da noch... Die steigen dann auch auf Kommentare ein. Mhm. Das macht dann schon Bock. Die andere ist ja auch da. Ja. Macht schon, macht schon Bock, ne? Auch wenn ich jetzt seit zwei Monaten rund gar nicht mehr gestreamt hab. Wenn ich dann wirklich nur Videos gemacht hab. Weil's jetzt momentan halt einfach so ist. Ich bin nicht damit momentan wohl. Ähm. Und zeittechnisch war das ja auch groß bedingt. Ja. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Weil ich mach momentan lieber... Kleine Videos, anstatt mich so drei, vier Stunden in den Stream zu setzen. Weil dafür habe ich momentan so nicht wirklich die Energie. Ja. Und in den Videos kannst du sagen, okay, ich mach jetzt einfach mal eine Stunde Pause. Und dann setzt du dich wieder ran. Und das ist im Stream halt Pupu. Hey, ja, und auf blöd. Wenn du wirklich merkst, es geht gar nicht, kannst du so ein Video auch immer wieder abbrechen. Und sagen, gut, ich bin ganz raus jetzt erstmal. Ja. So, du bist nie verpflichtet weiterzumachen. Bist du im Stream prinzipiell auch nicht, aber da kriegst die Leute halt live mit. Ja, ja, ja. Und ich weiß, wenn ich streame, will ich dann halt auch, dass es den Leuten Spaß macht. Dass ich da auch richtig eingehen kann und so. Aber wenn ich dann halt so ein halbgelutschter Drops bin und auf nichts wirklich eingehen kann. Wenn ich dann ein halbgelutschter Drops bin. Willkommen in Floki's Dream. Nenn dich doch nicht Floki Lost in Pixels, sondern halbgetropster Lutsch. Äh, halb... Halbgetropster Lutsch. Scheiße. Der halbgetropste Lutsch. Hä? Das ist genau wie heute dein Kommentar mit Floki. Ja, stimmt. Bei mir tun die Krabben übrigens wirklich Energie recovern. Also komplett und tut auch die Maximalleiste wieder erhöhen. Ja? Okay. Dann fresse ich gleich mal ein paar Krabben. Aber ich würde trotzdem pennen gehen, weil dann ist es direkt voll. Wolltet nicht 50 Krabben zu essen. Ja, ist ja nicht. So, was kann ich jetzt noch machen hier? Eigentlich gerade gar nichts. Ich kann noch ein bisschen schnorcheln gehen, bis es na... Ich glaube, es wird sogar langsam, oder? Ah, so langsam wird's. So langsam wird's. Es hat sehr lange gedauert, aber... Ja. Ist in dem Haus auch wieder was drin? Ja, freilich, eine Waschmaschine ist drin. Gibt mir Stoff und Metall und Schnaps. Da schmeißt immer wieder... Irgendjemand schmeißt immer wieder aufs neue Möbel hier rein. Die ich dann wieder abbauen kann. Ja, ist die Krabbe, die da wohnt, weißt du? Die Einsiedler. Ja. Hm. Sah vielversprechend aus, aber ist dann doch nichts gewesen. Also ist unser nächstes Ziel, die Radiosende. Erneut. Again. Again. Die Radiosende in der Insel. Wie lange kannst du heute? Das ist schon 14 Uhr. Ja, wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen, also bis 16 Uhr. Ah, bis 16. Ich hätte gesagt, dass wir schauen, dass wir drei Stunden aufnehmen, wenn das bei dir passt. So, können wir machen. Länger halte ich sie nicht mit dir aus. Ja, kann ich verstehen. Alles gut. So, ich komme jetzt auch mal zurück. Ich werde jetzt hier den Marlin-Fisch noch töten, wenn er mich lässt. Oder wenn meine Ausdauer es zulässt. Jawohl. Okay. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Fisch. Und dann komme ich zurück, nicht? Nee. Nee? Floki, kommst du zurück? Ich komme zurück. Dann können wir schlafen gehen und dann können wir endlich angreifen. Wir haben jetzt, wir haben nun Langstricken Waffen. Langstricken Waffen. Langstricken Waffle? Waffeln. Waffeln? Langstricken Waffeln. Weißt du, an was mich das erinnert? Nee. An meine Kundschaft. Weil wir haben in der Nähe eine Großbaustelle. Und da sind ganz viele Engländer. Echt? Aber das ist kein Englisch. Was wir gerade wissen, ist amerikanisch. Ich weiß, ich weiß, aber manche davon reden halt auch so. Die reden halt Englisch. Die kommen vielleicht von woanders, aber die reden halt Englisch. Und das sind die nettesten Kunden, die ich habe. Echt? Ja. Sehr süß. Ja. Freut mich immer, wenn ich schon sehe, weil die erkennst du halt an der Arbeitskleidung. Da freue ich mich schon immer. Weil ich bin auch so ein halb getropster Looch. Im Englisch reden. Aber ich... Ein halb... Das macht schon Spaß. Ein halb getropster Looch. Oh, Wassertrinken bringt auch aus. Okay, du willst, ähm... Was will ich? Wo ist denn der? Ah, ah... Oh, wo haben wir denn den... Den, 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 den... Verbesser... Ah, hier. Besser der Grill. Drei Gummi. Ah. Ah. Yes, sir. Rudiger, gib mal den Gummi. What the fuck. Wo soll ich den denn dann hinbauen? Rudiger, gib mal deinen Gummi. What the fuck. Wo soll ich den denn hinbauen? Äh... Brauch ich den einfach hier hin? Ja, bau den rechts daneben. Neben das Wasserding, oder? Ja, hab ich... Da haben wir einen verbesserten... Oh, jetzt 20 Holz rein. Ja, hat nicht ganz gereicht. Oh, wir können jetzt zwei drauflegen, oder? Nee. Da ist einfach mehr Holz drin. Warte mal, warte mal. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Was kann denn der? Schnelleres Kochen, Einsparung von Holz... Und hier hat sich mehr Holzkohle aus. Schnelleres Kochen, Einsparung von Holz, mehr Holzkohle. Oh ja, der ist schon fertig. Wie geil. Mehr Holzkohle, danke, Freunde. Was soll ich mit dem Scheiß? Ja, der kocht einfach schneller. Ja, Gottlie noch eins. Das war... Also im Vergleich zu dem Wasserding, ist das ein richtiger Fail. Okay, let's go, lass schlafen, Digga. Ja, Moment. Oh, meinst du, man kann so Lampen anmachen? Was für Lampen? So Deko-Lampen. Safe. So, ich noch rein. Okay. So, jetzt sind wir erstmal wieder am Verrecken. So, Wasser trinken. Gönnen wir uns gebravten Fisch. Und noch zwei Erdbeeren. Und dann rüsten wir uns aus für die große Fahrt. Oh, du kannst dich auch so lange zuschlürfen, bis du deine Ausdauer wieder hoch hast. Doch, geil. Ja. Ich dachte immer, es ist so gebunden an dem, was du gerade am Maximum Cap hast. Mhm. Ähm. Was geht hier ab? Wieso arbeitest du nicht? Ähm. Ich fahr schon mal mit dem kleinen Boot vor. Okay. Das andere wird ja ein bisschen schneller sein, denke ich mal. Ah, wir sind ungefähr gleich schnell. Okay, wo müssen wir denn hin? Ah, die ist ja relativ nah sogar. Ja, ja. Ich fahre nur geradeaus. Boah, was mir so ein bisschen fehlt, ich hoffe, also ich bin gespannt, ob das jetzt gleich wieder da ist, ist das mit dem, mit dem, dass man sieht, wie viele noch auf der Insel sind. Oh, ja. Aber wahrscheinlich sind alle einfach wieder da. Das ist so frustrierend. Ja, ja, das sowieso. Aber wir waren jetzt auch schon sehr lange nicht mehr da. Weißt du, da haben sie sich aus diesen sechs Leuten hochgeinzestet. Geinzestet? Sie haben sich hochgeinzestet. Du und deine gnadenlos unqualifizierte Beiträge manchmal. Ja, dafür bin ich qualifiziert. Denk frei dran, weil Mutti ist jetzt schon weg, ne? Denk dran, dir Essen einzupacken, also ein Lunch und eine Flasche voll Wasser, muss genug trinken und irgendwie Antibiotika. Und ich bin gleich bei der Insel, by the way, also ewig Zeit zum Krödeln brauchst du dir das auch nicht mehr lassen. Ja, dann kann ich ja gehen. Antibiotika. Jawohl. Was war noch? Kräutermedizin. Soll ich die Kräutermedizin für uns mitnehmen? Komplett? Ähm, ich hab zwei dabei. Ich hab mir zwei mitgenommen. Also ich hab von allem zwei dabei. Zwei Antibiotika und zwei Kräutermedizin. Aber ich hab einen saudummen Fehler gemacht. Was denn? Brauchst du noch was? Ne, ich hab die Zitronen direkt weiterverarbeitet, aber um Zitronensamen zu bekommen, muss man die essen. Oh, wir werden angegriffen. No way. Kriegst du das alleine? Oh, was für Penner. Schaffst du das? Ich bin jetzt halt schon da. Ja, muss ich. Wir haben gerochen, dass wir die angreifen wollen. Ich sag's dir. Ja, dann mach ich jetzt den, die rechnen, ja, aber die denken jetzt, wir verteidigen bloß und die rechnen nicht damit, dass ich schon mal den Strand einnehme. Oh, das sind fiebel. Ich mach jetzt einfach mal den Achilles. Hm, nochmal. Meint der Verrückte, er kann die Küste alleine einnehmen? Ja, denke ich. Wenn die dich jetzt da töten und unser Lager einnehmen, ist alles weg, Floki. Kannst du bitte lachen und mir ein Zeichen geben, dass du das im Griff hast? Hahaha. Das ist gut so. Hm, hm. Boah, Fahrtkreuz. Ja, die sind dumm. Oh. Okay. Ja, ja, die Insel ist wieder voll besetzt. Also, voll, voll. Ist denn die? Oh, hier sind ja noch zwei. Das sind auch Kinder. Oh, das war ein Tätiger-Fail. Ja, das ist ja noch zwei. Das ist ja noch zwei. Also, es ist ja noch ein Tätiger-Fail. das ist es nicht nur noch ein Tätiger-Fail. Oh, es ist ja noch ein Tätiger-Fail. Das ist ja da, ich bin jetzt nicht nur mangel Companys. habe ich doch nicht alleine gehen sollen übrigens das headshot mit armbrust insta doch verbände wo sind die denn alle habe ich dir einfach eingeräumt das schätzt du dich von meinem platz wären willst du dich jetzt kannst du noch komm kollege ich habe ja auch noch im visier ja ja komm her muss ich jetzt was essen und zwar gut dann komme ich jetzt rübergerollt ich freue mich auf dich ich habe unsere insel erfolgreich verteidigt ja hast doch alles schön zusammen gelootet jawoll ja ich habe hier noch eine volle holzkiste die muss ich noch wegräumen ach hier sind meine verbände ich bin so frauen können wir ein paar von deinen möbeln freundin ups da ist einer hallo mit dem schild abgewehrt was für eine sau wir haben voll viele stachelkeulen ja ja die kann man gut verkaufen das nice ist halt dass man metallschrott findet und daraus gleich neue bolzen machen kann so das ist richtig geil das ist wirklich gut viel besser als holz diese holzpfeile man findet halt in dem spiel for real mehr metall ja metal leute ich bin dann auch gleich auf dem weg ja ja der strand gehört schon so gut wie uns ja gut es läuft ja eine kartoffel wow ok du kleiner piss hast mich getroffen aber du bist tot scheiß ich bin laufen wo die armenbrust ist fucking präzise spinnst du mal erdbeersamen in die hungerkiste ja ja genau äh ne ne samen sind in der anderen ja aber ich habe hier keinen platz mehr ach doch hier sind noch er besser ok ok ja hier ist auch ein schruttmittel so jetzt komme ich aber mal hier noch Türchen zu mal hier noch Türchen zu Floki ohne Schanz mal hier noch Türchen zu ich kämpfe hier schon seit einer halben stunde allein durch die Gegend ja dafür kann ich nichts ich wurde angegriffen ich hatte noch meine mein Tütchen voll von meiner Tour Soll ich machen, wenn ich alleine bin? Du Lachsnacken Weiß nicht Oh, Verstärkung ist auf dem Weg Oh, man kann das siehst Boah, mit 70 kmh Okay, 60, 62, 63 Bin ich unterwegs, was? Weil ich jetzt Rückenwind habe Alter, ich massakriere die hier Das ist geisteskrank Ich lieb's Ich brauche Metallschirm Dann brauche ich ja auch nicht mehr kommen, oder? Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen Aber ich glaube, ich würde es tatsächlich alleine schaffen Echt, ja? Ja Also die Armbrust ist ein Gamechanger Das ist so krass Ja Also werden wir vielleicht Auf anderthalb Stunden Jetzt eine halbe Stunde machen? Ja Aber ich bin Der Strand ist längst eingenommen Und ich bin gerade dabei Diesen zweiten Ring einzunehmen Heftig Allein dafür haben wir schon Eine halbe Stunde gebraucht Ja, ja Nee, aber Also die Headshots von Armbrüsten Ist wirklich Insta-Kill Okay Das ist absolut genius Das Teil Und da du ja verhältnismäßig viel Schrott findest Kriegst du auch immer Munition dazu Hm Bin da Bin da Ach, da bist du schon Bis auf, da kommt der 25 Gegner sind es noch Oh Ah, ich blute schon wieder Oh, okay Das war jetzt sogar ein bisschen knapp Wo brauchst du Dreck-Sau Hä, wie redest du mit mir Dafür, dass ich hier gerade Den ganzen Laden einnehme Nicht du So, wo lungert der jetzt rum 13 Bolzen habe ich noch Komm ich hier raus Nice Ah Sie haben, wer sich beteiligt Hallo again Ich geh ganz kurz zurück Und, äh Lad meine Sachen hin Oh, warte Das Ding baue ich noch Ob das Auto Oh, ist das geil Alter, Floki Diese Armbrust Ich glaub Wir werden jetzt Mehrere Folgen Nur noch über diese Armbrust reden Wie schön einfach Aber kennen Sie schon Diese Armbrust? Ja, genau Wie schön das Leben seid Ihr ist Okay, Floki räumt auch mal auf Sehr schön Gefällt mir Ich bin Ich bin dabei Ich bin's Der Zerstörer Get in the chopper Get in the chopper I'll be back I'll be back Boah Das bist ja gar nicht du Digga Wo kommt der denn her Was ist das denn für einer Kennst du mich nicht wieder, Floki Boah Nee, Mann Hast du die vollverehrt Verändert Und das nicht zumut Das ist schon meine dritte Bandage hier Einige Scheiße Wo kam Der kam einfach von hinten angerollt Angerollt? Ja Angerollt Boah Jetzt wird's aber frech Jetzt wird's aber frech Jetzt wird's aber frech Bin tot Nein Du bist wirklich tot Ja, der eine Typ hat mich von hinten überrascht Hat mir richtig viel Leben abgezogen Dann hat mich noch ein Armbrustschütze Ähm Angeschossen Der hat mich auch gut getroffen Und dann kam der Typ Ich hab auf den geschossen Nicht getroffen Also der Schuss ist abgeprallt Und dann hab ich meine Axt rausgeholt Aber da hat er schon ausgeholt Das war Todesstoß Das war grad filmreif gewesen Ich hab schon wieder keine Energie, Alter Weil ich gestorben bin Die sind Lachsnacken Kann doch nicht angehen Eine Scheiße Mann Das muss man nicht Ah Du Sack, Alter Wirklich Hör mir auf Diese Piste Schon wieder abgeprallt Ah Kommst du klar Ja Hä, warum glänzen das so Wenn man das nicht abbauen kann Wie scheiße ist das denn Die Typen mit den Schildern, Alter Die sind frech, ja Die sind richtig Starker Schuss, Junge Das läuft, das läuft richtig gut Das läuft richtig gut Ja voll Er hat meine linke Arschbacke touchiert Oh nein Das war auch noch die schöne Die trainierte Das glaubst du auch nicht Wenn ich mit meinem Kumpel Immer trainieren gehe Damit sie irgendwann schön rund geformt ist Wow, wow, wow Ist ja gut, Kollege Meine Güte Steiger dich ein Noch ein Schuss, dann ist er tot Ist hier noch jemand, kann es sein? Er ist tot Okay Er ist tot Jetzt Bist du mehr, Fokker? Mehr, Fokker Das hier aber auch keine, äh, Dings droppen Like it's hot Keine Waffen Keine Waffen Ja, ja, das ist dreist Oh geil Hier gibt's wahrscheinlich Okay Weißt du, die haben Knarren dabei Lassen die aber nicht fallen Richtig assi Das ist wirklich assi Das ist auch mega frustrierend Nice, Klebeband Äh, ja, Leuchtfackel Okay Wollen wir erst mal looten Oder was machen wir Oder rushen wir jetzt einfach durch Ja, die Sachen Also, die Kisten und so Die würde ich schon looten Die vielversprechend aussehen Ich würde jetzt halt, glaube ich Hier nicht alles mitnehmen Ich konzentriere mich momentan So primär auf Metallschrott Damit ich neue Bolzen machen kann Oh, Musik, Musik, Musik Kampfmusik Irgendwo ist hier noch einer Ja, ah, die sind links oben, glaube ich Auf der Klippe Okay Kiesen Jetzt kommen wir aber zu dem Part Der interessant wird Ich glaube, den glauben wir Ja, ich glaube, dass wir die voll weghauen Sag ich dir Mit Boden war das halt Das ist aber halt nichts Nee Oben kannst du total vergessen Ja Also, ich glaube, das wird ziemlich easy Um ganz ehrlich zu sein Ich würde jetzt hier nochmal ein bisschen Ich würde schon mal Also, ich baue schon Erz ab Und würde das zum Boot bringen Damit wir halt für oben genug Ähm Also, damit ich genug Platz im Weiß schon In der Tasche habe Alter, wir haben schon wieder drei Folgen Ich habe gar keine Spitzhacke mehr Was brauchst du das ab? Mit der Spitzhacke Ich habe gar keine Habe ich mir nie gebaut Das Problem ist leider so ein bisschen Dass das hier alles Kupfererz ist Ah, das ist undankbar Wir brauchen natürlich Eisen Eisen wird da wahrscheinlich oben sein Ne, ich sag dir was Eisen wird es auf einer Anderen Insel ziemlich viel geben Weil, also Vom Spiel her ist es ja Steht ja auch in der Beschreibung drin Hey, geht auf die Insel Da gibt es einen Haufen Gummi Das heißt, sie schicken dich eigentlich her Um hier die ganzen Die ganzen Gummi und so abzubauen Und wahrscheinlich sagen sie dann Hey, geh mal auf die Insel Da gibt es einen Haufen Eisen Ja Spürst du, ich denke Jo Oh Gott, hier ist ja alles voll Alles ist voll Ja, voll, ja Wie viel Platz ist denn bei dir noch im Boot? Alles Ich habe alles leer gemacht Genügend Platz Kannst du reinkloppen Dann packe ich da das Kupfererz schon mal rein Vielleicht komm jetzt auch Ich werde mich auch mal entleeren In unser Boot hinein Gummi Zack, zack Mit dem Metallschrott Ja, packe ich auch rein Scheiß drauf Haben wir einen falschen Fokus am Anfang gesetzt? Also Wann bekommen wir Wann bekommen wir die Armbrust eigentlich? Möglich? Die haben wir bekommen Als Bauplan Als wir in das Dorf über uns gegangen sind Mei Vielleicht hätten wir nicht direkt In solche Gebiete rennen sollen Sondern halt erstmal sagen Hey Wir gehen Keine Ahnung In die nächsten Gebiete Die direkt um uns herum sind Aber woher willst du es auch wissen? Das Spiel sagt dir ja nur Hier ist das Überlebensbuch Das ist das Bild mit deiner Mit deiner Freundin Oder Jetzt mittlerweile vermutlich Ex Und Und Jetzt geh auf die Radiosenderinsel Und das haben wir halt gemacht Ja Also von daher Das Spiel gibt einem jetzt auch nicht viele Anhaltspunkte Ist halt so ein bisschen wie The Forest Aber ich find's jetzt auch nicht schön Nicht schön Man muss halt Dein Weg gehen Man muss halt einfach seinen Weg gehen Floki So ist es So ist es